Ein Nachbar von mir ist Druckereibesitzer und zugleich das personifizierte HB-Männchen. Beim geringsten Anlass geht er in die Luft. Nichts, was andere Menschen machen oder sagen, findet er, findet vor seinen Augen Gnade. Kein Wunder, dass sein Leben so dunkel und trist ist wie die Rückseite des Mondes. Allerdings ändert sich das jetzt, weil ich ihm gezeigt habe, wie einfach es ist, mehr Selbstbeherrschung zu erlernen. In einem ersten Schritt hat er sich mit seiner Krankenkasse auf niedrige Beiträge einigen können. Hatte er vorher noch polternd auf diesem Verein geschimpft, bekam er sich mit meiner Hilfe schließlich so weit in den Griff, dass er mit den Sachbearbeitern eine konstruktive Lösung herbeiführen konnte. Möchten auch Sie mehr Selbstbeherrschung in Ihr Leben holen? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber, die Macht der Selbstbeherrschung. Entdecken Sie die erstaunliche Kraft, mit der Sie über scheinbar äußere Umstände herrschen und mit der Sie Glück und Erfolg gezielt anziehen können. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher Und wenn Sie sich helfen și mit der Sieg für die Heiligen Beiträge ist,